Daseins Freude Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Yoga-Vidya-Lexikons der Tugenden, der geistigen Eigenschaften, Emotionen, Gefühle und Charaktereigenschaften. Heute geht es um Daseins Freude. Daseins Freude ist eine Freude, die wenig braucht. Einfach sich freuen darüber, dass man da ist. Daseins Freude ist eine Freude im Hier und Jetzt, in diesem Moment. Eine bedingungslose Freude, eine Freude, die nichts braucht. Ich bin einfach da und deshalb kann ich mich freuen. Jetzt und in diesem Moment bin ich da. Ich kann mich freuen. Und da ist, was auch immer da ist, darüber kann man sich auch freuen. Daseins Freude ist nicht nur ich selbst bin da, anderes ist auch da. Es sind Blumen da. Hier ist zum Beispiel neben mir eine Kerze ist da. Es sind Menschen da, es ist der Himmel da, es sind Pflanzen da, Bäume da, es ist der Wind da, es ist der Regen da und so weiter. So viel Schönes ist da. Darüber können wir uns freuen. Daseins Freude. Wir brauchen unsere Freude nicht abhängig zu machen von irgendetwas. Unsere Freude muss nicht abhängig sein, dass jemand uns lobt, dass jemand uns einen Gefallen tut, dass jemand uns seine Liebe ausdrückt, dass wir erfolgreich sind, dass wir eine Belohnung bekommen, dass wir die richtige Wohnung finden und die schönste Kleidung und dass der Körper gesund ist und so weiter. Das sind alles Abhängigkeiten. Und es ist auch gut, sich um all das irgendwie zu kümmern. Aber Daseins Freude ist die Fähigkeit, sich einfach zu freuen. Einfach deshalb, weil wir da sind, weil andere da sind, weil Natur da ist, weil das da ist, was da ist. Daseins Freude. Und ab und zu mal kann man einfach Daseins Freude empfinden, sich berühren lassen von dieser Freude. Im Yoga sagen wir ja, hinter allem ist Freude. Bei Yoga Vidya, das ist das Seminarhaus der Ashram, in dem ich lebe, dort haben wir jeden Morgen auch Mantras, die wir singen. Ein Mantra sagt, Anandoham, ich bin Freude. Oder auch Brahman, Satyam, Shivam, Sundaram. Das Absolutes Göttliche ist Wahrheit, Liebe und Schönheit. Und hinter allem steckt Satyam, das Seinwissen, Glückseligkeit. Daher, Sein und Freude hängt so eng zusammen. Indem du im Sein bist, indem du im Dasein bist, ist Freude. Öfters mal vergiss deine Sorgen um Vergangenheit und Zukunft. Öfter mal vergiss, was du alles noch machen müsstest. Öfters mal vergiss, was alles noch wünschenswert wäre. Sondern geh einfach in die Gegenwart und spüre reine Daseins Freude. Vielleicht jetzt.